Ein Text von Moritz Mein Hund liegt seit zwei Tagen regungslos da. Irgendetwas stimmt nicht mit ihm. Mir würde als Erklärung dazu einfallen, der Hund leidet unter entsetzlicher Langweile. Er will sie darauf stoßen, dass sie sich etwas einfallen lassen, um sein Leben abenteuerlicher zu machen. Sie könnten mit ihm doch einen Urlaub in der sibirischen Taiga machen, wo er selber jagen muss. Schon wäre die schreckliche Langweile verschwunden, denn das ist eine anstrengende Sache, sein Fressen zu jagen. Es ist bestimmt sehr anstrengend für Sie als Mensch in der Taiga, denn auch Sie müssen sich um Ihr Essen selber kümmern. Aber das wird Ihre Beziehung zu Ihrem Hund auf eine neue Stufe bringen. Das wird an Ihrem Leben auch einiges ändern.